Nächtliche, stoische Routine. Sieben unverzichtbare Schritte. Marco Aurelius behauptet, dass es keinen friedlicheren und unterbrechungsfreieren Ort gibt, an den sie gehen können, als ihre eigene Seele. Heutzutage sind wir ständig äußeren Reizen ausgesetzt, insbesondere beim Umgang mit Menschen und Technologie, um den oberflächlichen Anforderungen unserer modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Wir verlieren unsere Freiheit und unseren inneren Frieden. Marco Aurelius sagt uns, dass es beschämend ist, wenn ein Mann alt wird, ohne die Schönheit und Stärke zu sehen, zu der sein Körper fähig ist. Au, was machst du, wenn keiner zuguckt? Was machst du, wenn du keine Bestätigung bekommst? Das ist das, wo sich zeigt, wer du eigentlich wirklich bist. Nichts hat so viel Macht, den Geist zu erweitern, wie die Fähigkeit systematisch und wahrhaftig alles zu untersuchen, was in ihrer Beobachtung im Leben geschieht. Also wenn wir heilen wollen als Gesellschaft, müssen wir uns mal abkapseln. Jeder einzelne von uns abkapseln von allem, was draußen passiert und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lerun Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir werden uns jetzt mit dem Thema Stoizismus auseinandersetzen. Das Video habe ich gestern gefunden auf spontan. Ich ziehe mir viele Motivationsgeschichten rein und dann wurde mir das an der Seite angezeigt. Und zwar heißt das Video Nächtliche Stoische Routine. Sieben unverzichtbare Schritte. Ich habe mir den Anfang davon reingezogen und ich fand es sehr inspirierend, sehr motivierend auch. Und ich glaube, das kann einigen Leuten helfen. Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Rumble, erster Link in der Beschreibung. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und jetzt wird inspiriert. Los geht's. Marco Aurelius behauptet, dass es keinen friedlicheren und unterbrechungsfreieren Ort gibt, an den sie gehen können, als ihre eigene Seele. Ziehen sie sich zurück, um ihre eigene Seele zu konsultieren. Facts. Guck mal, wie der da sitzt so. Maschine. Eier, eier. Also diese griechischen, diese griechischen, ähm, was sind das? Wie bezeichnet man die? Also deswegen gehe ich auch trainieren, weil ich auch wie eine Statue aussehen will. Und kehren sie dann zurück, um sich dem zu stellen, was auf sie wartet. Aurelius, ihr den nehmt. Marco Aurelius war ein römischer Kaiser von 161 bis 180 nach Christus und gilt als der letzte der fünf guten Kaiser. Der letzte der fünf guten Kaiser. Während seiner Zeit verfasste er eine Reihe von autobiografischen Schriften, bekannt als Meditationen, in denen er ständig die Suche nach Ruhe im Leben befürwortete. Seine Meditationen betonten oft die Bedeutung des frühen Aufstehens und das Nutzen des Tages. Er hob auch die Bedeutung der Zeit hervor, die man für die innere Einkehr und Ruhe aufbringen sollte. Dank seiner Aufzeichnungen haben wir eine vernünftige Vorstellung davon, wie seine nächtliche Routine ausgesehen haben könnte. In diesem Video werden wir sieben verschiedene Aspekte untersuchen und wie wir diese Routine für unser modernes Leben übernehmen oder anpassen können. Lasst uns anfangen. Das Einzige, was ich bitte, ist, dass Sie dieses Video auf keinen Fall überspringen. Wenn Sie hier sind, betrachten Sie sich als anders als die meisten. Betrachten Sie sich als Ausnahme. Handeln Sie nun auch so und überspringen Sie kein Kapitel. Nummer 1 Beseitigen Sie äußere Reize Sag dir ehrlich, von diesen Leuten von damals kann man so viel lernen, weil wir als Gesellschaft, als Menschen ganz weit weggekommen sind, da wo wir eigentlich hingehören. Und ich glaube, gerade Männer können sich von solchen Geschichten echt viel mitnehmen und das sollten sie auch, weil heutzutage sind wir extrem schwach geworden und das macht uns stark. Den ersten Punkt fühle ich schon mal komplett mit den äußeren Reizen. Guck mal, wie viele äußere Reize wir heutzutage haben und wie wir uns von diesen äußeren Reizen beeinflussen lassen und wie wenig wir selbst mit uns in Touch sind. Das ist crazy. Aurelius sagt, dass es in ihrer Macht liegt, sich immer dann in sich selbst zurückzuziehen, wenn sie möchten. Es ist bekannt, dass Marco Aurelius seine Abende nutzte, um sich abzuschalten. Obwohl er besonders für seine Philosophie bekannt ist, die uns rät, jeden Tag zu leben, als wäre es unser letzter. Bart auch wild, ne? Bei diesen Statuen. Das ist mit so Locki-Vibes, Bro. Er hatte auch daran, Zeit zu reservieren, um sich innerlich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Er tat dies in dem Bemühen, sich von Stress oder negativen Gefühlen zu befreien, indem er äußere Reize abschaltete und Wert auf die Introspektion legte. Äußere Reize sind die Veränderungen außerhalb des Körpers oder das Wissen, das uns über die Sinne vermittelt wird. Wow. Selbst wenn wir uns bemühen, eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, ist es unvermeidlich, dass wir nach Hause zurückkehren und uns erschöpft, überfordert und gestresst fühlen. Unsere Abendroutine besteht oft darin, in sozialen Netzwerken auf dem neuesten Stand zu sein, fernzusehen oder versuchen, diese letzten E-Mails zu beantworten. Wir müssen diese Reize reduzieren und unseren Geist entgiften. Safe. Safe. Das ist so wichtig. Ich bin gar nicht mehr auf Instagram unterwegs. Ich weiß nicht, ich gucke mir nichts mehr an. Ich gucke mir keine Storys mehr an. Das Einzige, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ist ein paar inspirierende Reels-Sachen mir reinzuziehen, motivierende Sachen. Ich gucke keine Storys mehr von anderen. Ich gucke keine Bilder mehr von anderen. Ich habe da keinen Bock. Ich merke einfach, das ist Zeitverschwendung. Das bringt dich nicht weiter. So. Konzentrier dich auf dich, auf die Dinge, die du zu tun hast und den Rest der Zeit. Also ich bin entweder am Arbeiten oder am Machen oder ich bin dabei, in mich zu gehen, zu meditieren, Yoga zu machen, zu beten, innere Arbeit zu tun. Weißt du? Für den anderen Scheiß habe ich gerade keine Zeit mehr, Schwester. Und das werde ich auch jetzt so durchziehen. Ist mir egal. Daher sollte ihre Abendroutine die Zeit sein, die sie sich selbst widmen. Dies bedeutet wahrscheinlich, viele der nächtlichen Aktivitäten, an die sie sich gewöhnt haben, zu eliminieren und durch neue zu ersetzen, die ihnen wirklich helfen, sich abzuschalten und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Dies bedeutet, ihre Technologie mindestens eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen auszuschalten und Ruhe zu suchen. Es kann so einfach sein wie eine fünfminütige geführte Meditation, eine Körperwahrnehmungsübung oder Atemübung. Achtsamkeitsmeditationen helfen dabei, einen überaktiven Geist zu beruhigen und sich mit dem physischen Körper abzustimmen. Ey, wie viele Leute, das war bei mir nämlich auch so und das müsst ihr euch selbst eingestehen, wie viele Leute, die versuchen zum ersten Mal zu meditieren, die merken, die können das nicht. Die können nicht zwei Minuten einfach still sein und versuchen ihren Mind und ihre Gedanken und die Dinge, die in einem passieren, zu beobachten. Weil die einfach zu nervös dabei werden und sich denken, scheiße Alter, was mache ich jetzt, ich muss hier raus, weißt du? Wir sind extrem nervös in der heutigen Welt, extrem, weil wir uns die ganze Zeit ablenken und ich merke das sofort. Ey, ich sag dir ehrlich, wenn ich nicht vom Internet und von diesen ganzen Dingen leben würde, dann würde ich gar nicht so viel damit mehr machen. Weil ich merke sofort, ich habe ja mein Handy auch auf Flugmodus, bevor ich schlafen gehe und ich mache mittlerweile auch WLAN, ziehe ich raus und so. Und an irgendeinem Punkt, wenn ich meine Morgenroutine fertig gemacht habe, mache ich das Handy dann an und ich merke sofort, wie das einen Einfluss auf mich hat. Nur wenn das Handy an ist, dann kriegst du Nachrichten, dann kriegst du Benachrichtigungen, dann kriegst du das, dies, dann schreibt der das, dann schreibt das, dies. Also du wirst sofort dann wieder beeinflusst und hektisch und nervös gemacht. Diese Art der Meditation kann eine Flucht in uns selbst sein und die Auswirkungen der Integration in die Abendroutine können unglaublich vorteilhaft sein. Meditation ist bekannt dafür, Ängste zu reduzieren, die Stimmung zu verbessern und den Schlaf signifikant zu fördern. Ihre Schlafroutine sollte eine Pause von der geschäftigen Welt und eine Zuflucht zu ihrem ruhigen Ich sein. Obwohl es verlockend sein mag, Serienmarathons anzusehen, Videospiele zu spielen, sich mit Freunden zu treffen oder in sozialen Netzwerken zu scrollen, ist die Wahrheit, dass diese Aktivitäten ihnen nicht dabei helfen, Ruhe zu finden. Tatsächlich lenken sie sie eher davon ab. Und es ist auch eine Art von Sucht, meine lieben Freunde, das muss man ganz klar so sagen. Es wird am Anfang nicht einfach sein, damit aufzuhören. Ich habe es selber bei mir gemerkt. Es ist eine Art Sucht und die loszulassen kostet auch erstmal ein bisschen. Aber es geht schnell. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir können schnell so eine Süchte auch loswerden. Wir müssen es halt einfach wollen. Du musst es wollen, weil du selber mit dir in Verbindung sein möchtest, ruhiger sein möchtest, weniger Angst haben möchtest und mehr normaler, echter Mensch sein möchtest. Und wenn das Warum groß genug ist, kannst du alles durchziehen. Obwohl der Schlaf wichtig ist, reicht er oft nicht aus, um sie nach einem anstrengenden Tag wiederherzustellen. Eine wirklich entspannende Abendroutine muss etwas enthalten, das es ihrem Geist ermöglicht, abzuschalten. Nummer 2. Betreiben Sie körperliche Bewegung. Marco Aurelius sagt uns, dass es beschämend ist, wenn ein Mann alt wird, ohne die Schönheit und Stärke zu sehen, zu der sein Körper fähig ist. Au. Obwohl Marco Aurelius vor fast 2000 Jahren lebte, verstand er die Bedeutung körperlicher Bewegung. Er glaubte, dass ein gesunder Geist ohne einen gesunden Körper nicht existieren kann. Facts. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Geist, Körper und Seele. Das ist eins. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. Und deswegen ist es voll wichtig, auf allen Ebenen zu versuchen, sich weiterzuentwickeln und stark zu sein. Weil es wird immer einen direkten Effekt auch auf die anderen Ebenen haben. Strong Mind, Strong Body. Die Alten wussten, dass selbst eine einfache Trainingsroutine uns Tugenden für das Leben lehren kann, wie Ausdauer, Selbstentwicklung, Disziplin, Überwindung von Herausforderungen und Selbstvertrauen aufbauen. Sie verstanden, dass es wichtiger war, sich zu bewegen, um diese hochentwickelten Fähigkeiten zu erlangen, als nach externer Zustimmung zu streben. Unabhängig davon, was die Medien uns glauben machen, wussten die Alten schon damals, dass der Versuch, einen perfekten Körper nur zur Schau zu stellen, selten zu wahrhaftem Glück führt. Oft vermeiden wir aus verschiedenen Gründen körperliche Bewegung, indem wir Ausreden verwenden wie Ich bin zu müde. Ich habe schon immer trainiert wegen mir selbst so. Ich schwöre es dir. Ich will nicht wegen anderen Leuten mir einen starken Körper aufbauen. Ich will das wegen mir. Wegen mir, weil ich stolz auf mich sein will. Weil ich weiß, dass körperliche Betätigung einen Effekt auf meinen Mind hat und auf alles andere, was ich tue. Ich mache das nicht wegen irgendwie, damit ich gut bei dem ankomme, bei den Frauen ankomme oder Bilder posten kann und so. Das merkst du doch. Wie lange poste ich schon nicht mehr regelmäßig irgendein Content und so? Wie wenig zeige ich euch, dass ich eigentlich jeden Tag Sport mache, weißt du? Ich mache das für mich, Digga, und nicht für irgendwelche anderen Leute. Und das ist das, was zählt. Was machst du, wenn keiner zuguckt? Was machst du, wenn du keine Bestätigung bekommst? Das ist das, wo sich zeigt, wer du eigentlich wirklich bist. Morgen ein wichtiges Meeting und möchte nicht schmerzen. Oder, ich bin so gestresst bei der Arbeit, dass ich nicht einmal an Bewegung denken kann. Obwohl viele von uns aus verschiedenen Gründen körperliche Bewegung vermeiden, hat sie unglaubliche Vorteile für die physische und mentale Gesundheit. Und wir sollten sie nicht vollständig aus unserer Routine streichen. Jede Form von Bewegung, sei es Sport treiben oder ins Fitnessstudio gehen, ist vorteilhaft, da sie eine Flut von chemischen Substanzen im Gehirn freisetzt, die uns ein gutes Gefühl verleihen. Bekannt als Endorphine, die den Stress reduzieren und die Stimmung verbessern. Wenn sie abends trainieren, kann dies sogar dazu beitragen, dass sie schneller einschlafen und sich erfrischt fühlen. Nichts hat so viel Macht, den Geist zu erweitern, wie die Fähigkeit, systematisch und wahrhaftig alles zu untersuchen, was in ihrer Beobachtung im Leben geschieht. Die antiken Philosophen glaubten, dass die beiden besten Zeiten für die Reflexion der Morgen und der Abend waren. Bereiten sie sich auf den kommenden Tag vor, indem sie morgens ihre Gedanken in einem Tagebuch festhalten und den vergangenen Tag überprüfen. Marc Aurel schrieb seine Meditationen mit der Absicht, sein tägliches Leben und seine Gedanken zu analysieren, um persönliche Klarheit zu erlangen. Wichtig. Da kommen auch diese Dinge her, die ich jetzt leider auch schon länger nicht mehr gerne was muss wieder. Das ist, glaube ich, ein Reminder für mich auch, das Video, dass ich wieder anfange, meine Journale zu schreiben, weißt du? Weil Aufschreiben sehr powerful ist. Und ich gebe da hundertprozentig recht. Das Video ist sehr, sehr powerful. Ich hoffe, dass ich einige Leute hier irgendwie mit erreichen kann und dass Leute jetzt dadurch vielleicht nochmal überdenken, was sie jeden Tag tun und ihr Leben in eine bessere Richtung wandeln. Er behielt ständig ein Auge auf seine Handlungen und täglichen Entscheidungen. Die Philosophen der Vergangenheit betonten die Bedeutung, sich der eigenen Handlungen bewusst zu sein und reservierten am Ende eines jeden Tages Zeit, um zu überdenken, was passiert war, um das allgemeine Bewusstsein zu erhöhen. Sie nannten diese Art der Aufmerksamkeit eine Aufmerksamkeit, die darauf abzielte, Selbstbewusstsein für ihre Handlungen zu schaffen und zu überprüfen, ob sie mit ihrem höheren Selbst in Einklang standen. Einige verglichen diese tägliche Reflexion mit der Präsentation. Ich muss mal überlegen, wie deep die Leute damals waren. Weißt du, was ich meine? Und jetzt guck mal heutzutage, was die meisten Leute verbreiten. Ich fühle mich zu solchen Menschen viel mehr zugehörig. Also zu dem, was hier jetzt gerade über ihn erzählt wird. Ich fühle mich mit diesen Menschen viel mehr in touch als mit allem, was heutzutage stattfindet. Deswegen mache ich mein Ding alleine. Ich kann mich mit niemandem da draußen mehr identifizieren. Es ist einfach so, weil die einfach nicht deep genug sind. Ich bin ein deeper Mensch schon immer gewesen. Habe mir das irgendwann teilweise abtrainieren lassen, weil ich unbedingt dazugehören wollte und dann wieder realisiert habe, zum Glück, dass ich ich bin und ich mich auf mich konzentrieren sollte und das tun sollte, was ich für richtig halte. Egal, was alle anderen gerade machen, was Hype ist, was gut ankommt oder diese ganzen Sachen so. Weißt du? Crazy. ...eines Falls vor einem Gericht. Sie erinnern sich an ihren Tag und bewerten ihn, indem sie ihre täglichen Handlungen und Entscheidungen analysieren und sie dann systematisch überprüfen. Dies soll kein Urteil sein, sondern eine mitfühlende Überprüfung, die sie dazu führt, zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Sie können diese Art der täglichen Überprüfung in ihre nächtliche Routine integrieren, indem sie vor dem Schlafengehen Zeit dafür reservieren, den gerade vergangenen Tag zu reflektieren. Gehen sie jeden Moment des Tages durch, angefangen vom Aufwachen bis zur gegenwärtigen Zeit. Meditieren sie über die verschiedenen Entscheidungen und Handlungen, die sie getroffen haben. Was haben sie heute gut gemacht? Welche Emotionen haben sie erlebt? Welche Teile ihres Tages haben Unbehagen verursacht? Was können sie aus dem heutigen Geschehen lernen? Was haben sie heute nicht erreicht, was sie gerne getan hätten? Tägliche Reflexionen spielen eine wesentliche Rolle in der antiken Zeit. Deswegen ist ja auch so wichtig, das habe ich ja damals auch von Bodo Schäfer übernommen gehabt, mit diesen Journalen, dass du jeden Morgen zum Beispiel aufschreibst, für was du dankbar bist und jeden Abend aufschreibst, Erfolgsjournal, was du alles erledigt hast, wo du etwas Gutes getan hast, ob du Menschen gut getan hast und so. Das alleine zwingt dich schon dazu, einfach die Tage zu reflektieren und dein Leben zu reflektieren. Und diese Reflexion ist extrem wichtig. Weil sonst verlierst du dich draußen in der Welt, wenn du dich nicht selbst reflektierst. Es ist wichtig, dass du mit dir selbst, mit deinen Gefühlen, Emotionen, mit allem, was passiert ist, mit deinen Entscheidungen und so in Touch bist, damit du in Zukunft halt bessere Entscheidungen triffst, falls du in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen hast. Sehr, sehr powerful, das Video gerade, ne? Hopp mal eins in den Chat rein, wenn ihr es auch gerade fühlt hier. Sie helfen uns, uns auf den nächsten Tag vorzubereiten, indem wir festhalten, was wir heute gerne getan hätten. Sie sind auch entscheidend, um zu bewerten, ob unsere täglichen Handlungen mit der Person übereinstimmen, die wir wirklich sein wollen. Zum Beispiel können sie sich während der Überprüfung ihres Tages an eine unangenehme Interaktion erinnern, die aufgrund eines Missverständnisses stattgefunden hat. Sie werden in der Lage sein, wie diese Interaktion sie beeinflusst hat, zu identifizieren. Sie werden die Zeit hervorheben, die sie mit dem Nachdenken über die Begegnung verbracht haben und wie das ihre Stimmung am Morgen beeinflusst hat. Sie können darüber nachdenken, wie sie die Situation anders angegangen wären oder wie diese Interaktion letztendlich im Gesamtkontext ihres Tages unbedeutend war. Indem sie sich dieses Ereignisses bewusst sind, können sie beim nächsten Mal, wenn sie sich einer ähnlichen Situation stellen, besser darauf reagieren. Die Reservierung einer Zeit am Abend, um ihren täglichen Fortschritt zu überprüfen, ist ein wichtiger Schritt, um ein philosophisches Leben zu führen. Bevor wir zu Nummer 4 übergehen, möchte ich meine Dankbarkeit an alle Ausdrücken, die sich uns auf der Suche nach Wissen und dem Streben nach Abkehr von der Unwissenheit angeschlossen haben. Ich küsse dein Herz, Bro, Liebe geht raus. Das Beste, was ein Mensch tun kann und sie haben es getan. Überprüfen sie ihre Abonnement auf dem Kanal und geben sie dem Video, wenn möglich, einen Daumen nach oben. Safe, Digger. Aber sowas von, Digger. Antike Weisheit. Einfach nur 863 Abonnenten. Das Video hat 1000 Klicks, Bro. Krass, ne? Also ich sag ehrlich, für alle Leute, die auf YouTube zuschauen, lasst uns dem Cousin mal ein paar Daumen nach oben dalassen. Lasst mal ein paar Abos fetzen, auf jeden Fall ein paar Kommentare schreiben. Ich liebe euch. Nummer 4. Betrachten Sie Ihren inneren Weisen. In den Worten von Marc Aurel erfordert die Meisterschaft des Lesens und Schreibens einen noch qualifizierteren Meister. Das Leben. Ein Weiser ist jemand, der erfahren ist auf einem bestimmten Gebiet und für seine Weisheit, Urteilskraft und Expertise verehrt wird. Für viele Menschen ist dieser Weise ein Vorbild. Die antiken Philosophen nahmen sich Zeit, um über ihre Weisen nachzudenken und ob ihre eigenen Handlungen im Einklang mit denen des Weisen standen. Allein diese Zeit, alleine diese Zeit, alleine diese Zeit nehmen wir uns heutzutage gar nicht mehr so. Wie willst du weise werden, wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, was du sagst, was du sein willst, ob die Dinge, die du getan hast mit deinen Werten und was du sein willst und was du sagst überhaupt in Einklang sind. Weißt du, wie ich meine? Das ist so krass. Also wir müssen, wir müssen als Gesellschaft extrem runterfahren, damit wir wieder stabile Menschen werden. Wir müssen diese ganze Scheiße von außen mal raus abschalten. Also wir müssen, wenn wir heilen wollen als Gesellschaft, müssen wir uns mal abkapseln. Jeder einzelne von uns abkapseln von allem, was draußen passiert und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Intensiv. Am besten über Jahre. Weil wir wurden so heftig indoktriniert und wir sind so weit von uns weggekommen, dass wir gar nicht mehr richtig wissen, wer wir sind eigentlich so. Aurel betrachtete Zenon, den Begründer der antiken Philosophie als sein weisen Vorbild. Er fragte sich oft, was würde Zenon tun? Die Betrachtung des Weisen sollte im Wesentlichen ein Abendmoment sein, in dem sie über ihren Tag überlegt mal jetzt ehrlich, so richtig ehrlich, überlegt mal, wie viele Menschen ihr in eurem Leben habt, die euch dieses Ding geben, dass wenn ihr irgendwas gemacht habt oder wenn irgendwas passiert, dass ihr euch fragt, was würde er jetzt tun? Also jemanden, den ihr so krass respektiert und zu dem ihr so krass aufschaut, dass ihr euch denkt, was würde er jetzt tun? Wie viele von diesen Menschen gibt's noch? Bro, ich war mit vielen Menschen unterwegs, ne? Mit sehr vielen Menschen und ich hab sehr viele und ich sag dir, mir fällt vielleicht einer ein. Ja. So. Und da merkst du schon, ey, die Menschen heutzutage sind ganz weit weg von diesem Level, was wir eigentlich mal waren früher. oder über die Person, die sie sind, nachdenken und sich fragen, was ihr Vorbild tun würde. Ihr Vorbild kann jemand sein, den sie kennen oder einfach ein Konzept einer idealen Person. Es ist wichtig, eine klare Definition dieser Person zu haben, damit sie darüber nachdenken können, ob ihre Handlungen mit ihr übereinstimmen. Als Teil ihrer abendlichen Routine reservieren sie einige Minuten, um sich an ihr Vorbild zu erinnern und fragen sie sich, haben sie so gehandelt, wie ihr Vorbild handeln würde? Auf welche Weise können sie sich morgen verbessern, damit ihr Leben mehr im Einklang mit ihrem Vorbild steht? Welche Eigenschaften ihres Vorbilds haben sie heute bei sich identifiziert? Integrieren sie einige Minuten in ihre abendliche Routine, um über die Situationen nachzudenken, die sie heute erlebt haben und ob sie so gehandelt haben, wie sie glauben, dass ihr Vorbild es getan hätte. Dies kann ihr Bewusstsein für ihre Entscheidungen für morgen erhöhen und ihnen helfen, zu einer besseren Person zu werden, zu der Art von Person, die sie zutiefst bewundern. Nummer 5 Übernehmen sie eine höhere Perspektive. In den Worten von Mark Aurel denken sie an die Substanz in ihrer Gesamtheit, von der sie den kleinsten Teil besitzen und an die Zeit in ihrer Gesamtheit, von der ein kurzer Moment ihnen zugewiesen wurde. Und in den Werken des Schicksals, wie klein ist ihr Teil daran? Mark Aurel rät uns, das Leben aus der Perspektive des Kosmos zu betrachten, das heißt, eine übergeordnete Sichtweise einzunehmen. Dies bedeutet, dann lässt du auch mal dein Ego ein bisschen fallen, ne? Wenn du merkst, was du eigentlich für ein kleiner, also weißt du, wie ich meine? Wir legen voll viel Wert in uns rein immer. Also, natürlich sind wir alle was wert, aber wir denken immer, dass wir die Welt sind, so weißt du? Und auch wenn dann Probleme kommen, zum Beispiel, dann denken wir, oh shit, das ist jetzt das Wichtigste, was auf der Welt gerade passiert. Aber wenn man diese Perspektive mal von dem Universum aus annimmt, dann merkt man wieder, wie unbedeutsam man eigentlich ist, so, ne? Man soll es sich jetzt nicht klein machen, aber viele Leute heutzutage sind sehr Ego gepusht und identifizieren sich voll mit ihrem Ego und denken, dass sie am wichtigsten sind und vergessen dabei, dass wir alle miteinander verbunden sind und vergessen dabei, die höhere Perspektive anzunehmen, so, in vielen Bereichen, weißt du? Und deswegen, das kann einem extrem helfen, auch loszulassen und dass die Sachen nicht mehr so schwer auf deinen Schultern liegen, weil du einfach merkst, Digga, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, vielleicht muss ich gar nicht meinen Kopf darüber jetzt ficken, so, sondern kann es auch einfach loslassen und alles wird gut sein, so, weißt du? Eine erweiterte Perspektive auf ihr Leben einzunehmen und sich selbst und ihren Tag Hast du das Thema Ego schon durchleeren? Also mein Ego ist auf jeden Fall viel, 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 viel kleiner als früher. Wenn man mich schon länger verfolgt, dann merkt man das auch, so. Ich hab schon vor drei Jahren oder drei, vier Jahren damit angefangen, mein Ego unter Kontrolle zu bringen, so, weißt du? Weil mein Ego war schon extrem groß und Ego ist auch nicht komplett negativ. Nur wenn es zu groß ist, ist es negativ. Dein Ego bringt dich auch dahin, wo du sein möchtest, auf eine Art und Weise. Man sollte es nicht verteufeln, aber man sollte daran arbeiten und es selber kontrollieren können und selber realisieren können, wenn es jetzt gerade zu viel ist, so, weißt du? Und ja, also, ich hab auf jeden Fall immer mehr losgelassen und nehme mich selbst nicht mehr so ernst wie früher auf jeden Fall. ...beobachten, als ob sie es aus der Sicht einer dritten Person sehen würden. Dies hilft dabei, persönliche Emotionen und Ängste zu entfernen. Marc Aurel reflektierte bekanntermaßen über sein Leben aus der Perspektive des Kosmos während seiner Nächte, um seine begrenzte persönliche Perspektive zu überwinden. Das gleiche machst du auch, wenn du zum Beispiel dich hinlegst, das mache ich zum Beispiel in meiner abendlichen Meditation und versuche, der bewusste Beobachter zu werden. Dann realisierst du, dass du nichts mit den Dingen zu tun hast quasi und dann bist du auf einer dritten Perspektive unterwegs. Deine Gefühle, deine Persönlichkeit, alles, was du bist, hat damit nichts zu tun. Und wenn du die Perspektive annimmst, dann merkst du automatisch, wie du ruhiger wirst. Und das ist bei mir zum Beispiel auch jetzt mittlerweile Routine geworden und hilft mir, mich nicht mehr so krass an die Gefühle, Gedanken und Probleme etc. pp. fest zu, dass ich mich so krass damit identifiziere. Weißt du, ich versuche mich jeden Abend davon wieder zu trennen, weil sonst wird das Leben einfach zu stressig und zu ungelassen. Wir sollten gelassener durch die Welt gehen. Wir lassen uns von Dingen zu krass und zu lange mitreißen. In der heutigen Welt werden wir ständig von Ablenkungen bombardiert. Wenn wir das Haus verlassen, werden wir von Werbung, Nachrichten, Meinungen und Ablenkungen umgeben. Selbst wenn wir nicht arbeiten oder BI der Familie sind, sind wir oft am Handy, hören Radio, schauen fern oder benutzen den Computer. All dies führt zu... Boah, Digga, so. Siehst du denn, wie der da steht oder sitzt oder was auch immer, Digga? Ja, so. So, Bro. Feier ich, Alter. Stark, Junge. Geil, Digga. Ich schwöre es dir, Alter. Ich werde mir im Alter auch einen Bart wachsen lassen, Digga. So einen schönen Bart, Bro. Schön jacked stehen wie ein Motherfucker, aber nicht nur strong body, Bruder, auch strong mind, so. Spiritual warrior. Können damit beginnen, sich abends einige ruhige Minuten Zeit zu nehmen, um ihre unmittelbare Umgebung zu beobachten. Ihren Körper, ihr Zuhause und die Menschen, mit denen sie leben. Beginnen sie dann darüber nachzudenken, wie sie sich fühlen, wie sie sich mit ihnen verbinden. Ich frage mich auch, ich frage mich auch, wie das damals war mit der Verurteilung, so wenn man jetzt zum Beispiel, weil ich merke immer wieder, wie gerade Frauen mich in so eine Schublade reinstecken, wenn die mich sehen, allein wegen meiner Optik, wenn du einen guten Körper hast, wenn du groß bist und strong bist, dann bist du, bist du, dann stecken die dich auf jeden Fall immer in eine Schublade. Die erwarten nicht von mir, dass ich diese Talks raushaue über Spiritualität, Religion, über diese ganzen Geschichten, so, weißt du. Ich frage mich, wie das damals war. Ich glaube, damals war das noch nicht so verbreitet. Ich finde es voll traurig, dass wir heutzutage Menschen aufgrund der Optik in eine Schublade reinstecken. Welche Probleme, Hoffnungen und Ängste sie haben könnten. Erweitern sie ihre Sichtweise, um ihre eigene Stadt zu sehen und wie alle Menschen um sie herum ein einzigartiges Leben haben, von dem sie nichts wissen. Erweitern sie ihre Perspektive weiter, um ihr Land zu sehen, dann das Sonnensystem, das Universum und die Gesamtheit des Seins. Wenn wir uns von oben betrachten, erkennen wir, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, Teilnehmer an allem, was uns umgibt. UNs selbst von außen zu betrachten, hilft uns dabei, unsere Probleme, Ängste und Sorgen objektiver zu sehen. Dies ermöglicht es uns, ihre Ursachen und Lösungen besser zu verstehen, wenn wir die Dinge im Kontext sehen. Wenn sie sich zum Beispiel aufgrund... Arthur sagt gerade, alle Menschen stecken andere erstmal eine Schublade beim ersten Eindruck. Ja, nur weil es alle Menschen machen, heißt es nicht, dass es alle machen müssten. Und es ist nicht so. Ich bin zum Beispiel keiner von denen, weil ich schon immer in eine Schublade reingesteckt werde, stecke ich andere Menschen nicht direkt in eine Schublade so. Nur weil etwas die ganze Zeit so ist und die meisten Leute es tun, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist, Digi. Das ist mal die erste Realisation, die man machen muss so. Gerade in der heutigen Welt sind eigentlich 99% von den Dingen, die alle machen, nicht richtig. Beleidigung niedergeschlagen fühlen, versuchen sie diese Übung. Es ist viel einfacher, emotionale Hindernisse zu überwinden, wenn wir die Dinge in Perspektive setzen. Streitereien und kleine Missverständnisse erscheinen unbedeutend im Vergleich zu den Problemen anderer oder zur Weite des Raums. Safe. Nummer 6. Widmen sie Zeit ihrer Familie. Marc Aurel sagt, Diejenigen, die länger leben und diejenigen, die bald sterben werden, verlieren dasselbe. Die Gegenwart ist alles, was sie aufgeben können, denn alles, was sie haben und was sie nicht haben, können sie nicht verlieren. Für Marc Aurel war es am Ende des Tages Zeit, bei seiner Familie zu sein. Auch wenn er wichtig, berühmt und extrem beschäftigt war, ignorierte er sie nicht. Er liebte offensichtlich seine Kinder und seine Frau sehr. Abends brachte er seine Kinder ins Bett und küßte sie, während er leise zu sich selbst sagte, Eile nicht. Es könnte das letzte Mal sein, dass du das tust. Uuuuuh. Es ist nicht garantiert, dass ihr beide die Nacht überleben werdet. Er schätzte diese ihm gegenüberliegende Sache, die das Wichtigste in seinem Leben war, und wünschte wiederholt eine gute Nacht während der Zeit, die er das Glück hatte, zu leben. Die antiken Philosophen verwendeten die Betrachtung des Todes als eine Übung, um sich selbst an die Vergänglichkeit des Lebens zu erinnern. Eine in Australien bekannt beliebte Krankenschwester, die sich um sterbende Patienten kümmerte, sagte, dass einer der häufigsten Reuepunkte von Menschen, die sterben, der Wunsch ist, mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Die Leute auf dem Sterbebett sagen nicht, oh, hätte ich mal noch mehr Geld oder noch mehr Materialismus angehäuft oder noch mehr Eulen gehabt oder was auch immer. Die sagen, man, hätte ich mal noch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Vergesst das nicht. Ihre Patienten bedauerten oft, die Jugend ihrer Kinder und die Gesellschaft ihrer Partner aufgrund der Anforderungen des modernen Lebens verpasst zu haben. Familien verbringen in der Woche etwas mehr als eine halbe Stunde gemeinsame Qualitätszeit und selbst wenn sie sich treffen, verbringen sie oft stille Zeit vor dem Fernseher aufgrund von Müdigkeit, Lesen, Computerspielen oder anderen Ablenkungen. Ähnlich wie die Alten, wenn wir regelmäßig über unsere eigene Sterblichkeit nachdenken und daran erinnern, dass es einen Tag geben wird, an dem wir oder unsere Kinder nicht aufwachen werden, um die Schönheit des Lebens zu genießen, werden wir anfangen, einige Änderungen vorzunehmen. Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, ist eine davon. Häufig zu sagen, dass wir unsere Kinder oder unsere Familie wertschätzen und Zeit mit ihnen verbringen, ist ein wesentlicher Faktor, um starke Bindungen, Liebe, Verbindungen und Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern zu schaffen. Qualitätszeit mit der Familie zu verbringen, hilft dabei, Herausforderungen zu bewältigen, Familienwerte zu vermitteln und das Vertrauen der Kinder zu stärken. Nummer 7 Bereiten Sie sich auf die Morgen vor, Mark Aurel sagt, zögern Sie nicht bei Ihren Handlungen. Mark Aurel betonte nachdrücklich die Bedeutung des frühmorgendlichen Aufstehens. Er tat dies, um eine Morgenroutine zu schaffen, die jeden lebendigen Moment optimal nutzte. Schlaf war für ihn eine erneuernde Erfahrung, keine Zeit, um der Trägheit nachzugeben. Eine Morgenroutine war für ihn unerlässlich. Ein Teil dieser Morgenroutine begann sogar noch vor dem Morgen, wenn er sich am Abend zuvor auf den nächsten Tag vorbereitete. Die Alten bereiteten sich oft auf den nächsten Tag vor, indem sie ihre Abendroutine durchliefen. Dazu gehörte das Auswählen der Kleidung für den nächsten Tag, das Vorbereiten der Arbeitsmappe oder das Festlegen einer klaren Morgenroutine, wie eine Checkliste von vorab festgelegten Aktionen am Vorabend. Das bedeutet auch, sich zu einer vernünftigen Zeit hinzulegen, um 6 bis 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Dies ist nicht nur gut für ihre Gesundheit, sondern macht das Aufwachen auch angenehmer. Die Vorbereitung auf den nächsten Tag während ihrer Abendroutine wird nicht nur ihrer Morgenroutine helfen, sondern kann auch die Angst vor den Aufgaben reduzieren, die sie beim Aufwachen erwarten. Da denkst du auch nicht mehr darüber nach, was du zu tun hast, sondern du machst es einfach nur, weil es der Plan ist. Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr sehen möchten, schauen Sie unbedingt in unsere Stoizismus-Wiedergabe-Liste. Für weitere Videos, die Ihnen helfen werden, Erfolg und Glück mit Hilfe der antiken philosophischen Weisheit zu finden, vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren. Und so schließen wir diese sich zu abonnieren, na Mann? Ich küsse dein Herz, Digga. Richtig geiles Video, ne? Feiere ich hart auf jeden Fall. Richtig stark, Alter. Das ist doch mal eine prägende Geschichte gewesen, so. Ich hoffe, ich habe ein, zwei Leute damit erreicht, die diese Motivation oder diese Worte eventuell sogar gebraucht haben für sich und ihr eigenes Leben. Mich hat es auch wieder geprägt. Ich habe zum Glück schon viele Dinge, die hier erzählt wurden, in meinem eigenen Leben etabliert, aber da ist definitiv auch noch Luft nach oben. Ich finde den Kanal geil. Ich werde den Kanal mal abonnieren und dann werden wir eventuell, ach ne, ist schon abonniert, werden wir eventuell mal weiterhin auf seine Videos reagieren. Ich fand es echt stark. Eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Peace out. Das war's.